Schnell. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich noch habe. Oh! Da zählt dann nicht mal was runter. Was macht eigentlich deinen Gartenumbau da mit deiner Mauer? Ich habe dieses Jahr noch nicht einen Handschlag gemacht. Nicht einen Handschlag habe ich bis jetzt gemacht dieses Jahr. Meine Frau ist schon etwas niedergeschlagen. Kann ich verstehen. Ja, muss ich echt mal was machen wieder. Aber die normale Arbeit halte ich vom Spaß des Lebens ab. So abends habe ich dann auch keinen Bock mehr raus, weißt du. Am Wochenende sind wir ja meistens nicht da. Aber ich muss langsam mal zu Potte kommen mit dem Mist. Wollen wir rüber oder willst du hier von der Seite rüber? Ja, ich rüber, ja klar. Ey, jetzt rennt er wie ein junger Gott. Achso, ey, du läufst aber noch. Sag rüber und läufst unten. Ja, was denn? Ich habe doch gesagt rüber. Und dann läufst du zum Pelsen. Ja klar, rüber zum Pelsen. Das habe ich jetzt so verstanden. Nein, rüber auf die andere Seite. Achso. Also bist du jetzt rechts von mir, ja? Ja. Hä, wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Wo bist du hingelaufen? Da oben ist so eine Kuhle. Ja, 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 genau. Da bin ich jetzt gerade. Ja, die musst du rüber laufen. Du bist hochgerannt und dann links halten. Dann siehst du das User-Camp drüben. Genau. Ja, da habe ich Schüsse gehört. Verwandle die Busse, ich habe Schüsse gehört. Aber ich glaube, die waren ein Camp weiter, ne? Ich glaube es auch, ja. Eigentlich bin ich links von ihm gewesen, aber ich wusste, was er meint. Ich renne jetzt rüber. Ich auch. Oh Mist, ich habe keine Granaten mitgenommen. Ich bin links von dir, Klaus. Die Schüsse sind nochmal weg, Bruno. Wieso bin ich denn kaputt? Ach so, weil ich mich nicht repariert habe. Warum bin ich kaputt? Ich habe gerade gesehen, Arm und Bein waren noch rot. Oh, geil. Warte, ich bringe schnell meine Weste weg. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Hier kommt was? Wattest du? Ja. Oder wo hast du deine Weste hingebracht? Springst du? Nee. Ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Einen habe ich, glaube ich. Oder? Waren das zwei? Glaubst du noch was, Klaus? Nein. Bist du gesprungen? Nein. Hast du Geräusche noch? Bist du tot? Hab ich dich jetzt gekillt? Nein, nein, nein. Okay. Okay, cool, Mann. Aber ich wusste nicht, wo du rauskommst. Kann ich die aufsetzen? Aber ich glaube, das war nicht die von da drüben. Geil, keine Erbsenpistole mehr. Wo ist denn mein... Da ist er. Ach so, ich... Oh, ich loot. Hä? Das Dock-Tack ist weg. Nee, das ist noch der... Dann haben wir zwei gekillt. Dann haben wir zwei gekillt. Ja, aber guck mal, ob ich den überhaupt... Ich loot hier fröhlich. Nee, ich habe doch meinen... Ich bin bei meiner Leiche, die ich getötet habe. Ja. Der hat eine STM9, hat er. Okay. Und eine AVS-Weste. Das war nicht dein Kind? Warum klaust du? Ja, ich weiß es ja nicht. Was sollst du mir ja sagen? Das ist doch mein... Ich liege gerade bei meiner Leiche, Matze. Hat der A2-Tock-Tacks bei sich? Nein. Ach so, ich habe es hier schon eingesteckt. Ich Idiot. Verwandtlipus, ja? Bitteschön. Ich bitte you. Ich habe nämlich auf den Kopf geschossen. Junger Mann. Jetzt ist es aber mal gut hier. Sonst war der Matze sauer. Wenn du mir hier irgendwie Diebstahl unterstellen möchtest. Aber ich habe nämlich nicht daneben geschossen. Und der war tot. So, was sagst du nun? Jetzt guckst du dumm aus der Wäsche, was? Das Dockdeck lügt. Dockdecks lügen nicht. Niemals. So. Hätten wir das auch geklärt, junger Freund. Ah, das tut gut. Recht zu haben tut gut. Nee, nicht immer. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass ich den auf dem Felsen geholt habe. Oh, was biege ich denn jetzt? Hallo. Oh, Benji ist da. Ah, Benji. Ah, ja, stimmt ja. Es ist ja Zeit für Benji. Benji-Zeit. Ah, ich geh runter. Ich bin hinter dir. Mann, Frosch im Hals. Benji, hast du noch Zigaretten? Wieso? Na, ich hab keine mehr. Ich hab nur noch einen Alper. Ich drehe ja selber. Ach so. Das hab ich nie gekonnt. Weil du sagst, ich drehen wir gleich mal hin. Okay. Feierabend, Zigarette. Sehr schön. Ihr seid noch im Recht? Ja. Ich geh kurz mit, weil sie quatschen bis gleich. Skev drüben? Der Kürtel war noch nicht. Ach so. Das ist ein Skev. Also ich hab ein Skev gehört. Ich weiß auch nicht, ob er auf dich geschossen hat. Das kann natürlich sein, dass er sich gesehen hat. Wir haben hier Augen wie Lux. Hier ist schon alles wieder gelootet. Also geschossen hat er rechts von mir. Ich höre ihn aber dann links. Er war eigentlich links, oder? Aber vielleicht ist er auch rüber geraten. Die sind ja schnell. Die Hunde. Komm hoch. Der lebt noch. Wo ist denn der Hund? Der atmet schwer. Der Hund. Der Hund. Der so viel aushält. Ja, die sind Idioten. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Na, wo? Ich seh ihn nicht mal. Warte, ich komm von... Okay, ich hab's gesehen. Ich komm, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich, Klaus. Ja, ja. Der war hier auf dem Grundstück. Ich hab den sonst wo gehört. Hä, mir kam das, als hätte er da hinten gepflegt. Also geschrien. Du rennst? Ja. Bin rüber und nach rechts gelaufen. Ich geh den Weg entlang. Los, Mr. Erbse. Nee, Mr. Erbse schießt jetzt PS-Munition. Fällt trotzdem nicht um, dein Idiot. Er ist weggerannt. Er hängt da drin irgendwo. Pass auf, da reinkommst du rechts, denk ich. Zwischen denen. Kann ich sehen. Zwischen denen. Oh, du Schonker. Ich werde gleich erstmal die Flair loslassen. Jetzt schon, ja. Na ja, kannst du machen. Kannst du machen. Bin gespannt. Was ein Elend. Jetzt bin ich wegen einer Packer zurückgelaufen. Aber die Zeit wird kommen. Da werde ich mir alle zehn Finger nach der Pack. Was ist da los? Das ist die Flair. Ach so. Ach ja, hast du die losgelassen. Wo mache ich mich hin? Ich mache mich mal draußen ins Gebüsch. Falls hier Scharlataner sich von unten annähern. Lange dauert das dann, bis der Flieger kommt. Tja. Keine Ahnung. Ich sehe auch nichts am Himmel. Hast du die auch hochgeschossen oder bloß in der Erde gesteckt? Nee, ich habe die hochgeschossen. Du läufst? In die Erde gesteckt. Ja, ich bin hinten im Gebüsch. Hinten im Gebüsch. Richtung versunkenes Dorf. Tja, das wird heute nichts mehr klaus, denke ich. Ist doch wohl lächerlich, oder? Weiß das jemand von euch, wenn man die Flair zündet, ob das Flugzeug gleichkommt oder ob das erst eine halbe Stunde später da ist? Ich habe es noch nie gemacht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es schon mal gemacht, aber danach war ich relativ schnell danach tot irgendwie. Also ich habe es nicht mehr gehört, dass was kommt. Mist. Keiner weiß es so richtig. Verwandelt die Bus weiß es auch nicht. Wenn er es nicht weiß, dann... Wenn das einmal quer über die Map muss. Ja, man hat es doch früher gehört. Also ich habe das auch gemerkt jetzt in diesem Vibe. Wenn das Flugzeug kommt, habe ich kurze Legs drin. So. Und dann weiß ich immer, entweder es bohren Scavs oder es ist ein Flugzeug unterwegs. Und bis jetzt hat es... Gut, ich habe mich aber noch nicht großartig bewegt jetzt. Naja, dann wegkommt mir hier, kommt nichts mehr. Der Red ist fast... Da muss ich jetzt sagen, bin ich enttäuscht. Ja, ein bisschen schon, ja. War das eine rote Flair, Klaus? Du, ich habe da gar nichts gesehen. Aber die Fackel, die haben glaube ich auch Farben, oder? Also ich habe bisher nur eine gefunden, die liegt bei mir noch da. Die sieht so rotbraun aus irgendwie. Also meine war, glaube ich, ziemlich hell irgendwie. Ah, okay. Wer weiß, was du da gerufen hast. Ey, das kann sein, dass es... Ach, das kann auch sein, dass es hier so eine... Täusch-Flair ist, dass du das Flugzeug ablenkst. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch hier diese Counter-Masher-Flares. Vielleicht war das sowas. Und hier ist auch noch was zu trinken. Die rote Flair holt einen Airdropf nach 20 Sekunden. Wo hast du die Wasserflasche gesehen? Na draußen auf dem Tisch. Ach, draußen? Ja. Eine grüne macht gar nichts. Aha. Gelb. Macht gar nichts. Hm. Weiß macht... Also weiß macht auch nichts. Nur die rote bringt einen Airdropf. Aha. Ich dachte, die hätten alle eine andere Funktion. Dachte ich auch. Ich dachte, es gibt halt Waffentrops oder... Ja, ja. ...Supply-Trops, Metic, genau. Okay. Hier ist nichts drin. Laut Vicky nicht. Ich mache halt nur unsere Farbe weiß, grün. Hm. Aber es soll doch wohl angeblich vier verschiedene Airdrops geben. Sind das dann rein zufällig wahrscheinlich, oder? Hm. Hm. Wirklich, ja. Hm. Hm. schon gelootet so jetzt wird es kritisch klaus machen die schon das auto bezahlt die sind dahinten wollen wir schnell bezahlen die sind auf der anderen seite hier von uns ach so ja doch die henna das kann jetzt nicht wahr sein klaus nein da klaus heute hast du hast aber ein glück klaus meine fresse ich komme nicht richtig ran ich will mich jetzt ja nicht abknallen lassen wegen ein bisschen ein bisschen loot und ich war wieder sehenfeier aktiv in der waffe ich weiß nicht mehr wie viel zeit ich noch oh da zählt da nicht mal was runter war das knapp der knappeste exfilm meines lebens du 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 Vielen Dank.